Hallo, dürfte ich Sie vielleicht zu einem Getränk einladen? Gerne. Ein Gerne, wohl bitte. Ja, mir auch. Sehr nett. Ja, gerne, gerne. So, ohnehin. Tut mir leid, das ist das Letzte. Herrenbräu. Bioritäten setzen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann einfach hier. Sag einmal, du schaust aus, da sind Flecken drauf. Also, wenn Sie den einmal sehen wollen, wenn er was Gescheites anhat und sauber angezogen ist, dann da draufklicken. Da. Abonnieren. Jetzt. Au!